Ja moin Freunde, mal wieder herzlich willkommen aus der Partygarage. Heute mal ein kleines Video, was mir so ganz spontan irgendwie in den Sinn gekommen ist. Da bin ich in den Tiefen des Instagrams mal wieder völlig falsch abgebogen und ja auf dieser Seite hier gelandet. Ihr seht es, super Mysterybox. Da habt ihr natürlich super Bock drauf gehabt. 60 Euro insgesamt knapp bezahlt, 8 Euro Versand. Und ja, schauen wir uns mal an, was da jetzt gekommen ist. Ich finde so eine Unboxing eigentlich ganz interessant. Und ja, der LKW kam auch gerade vorgefahren, hat hier sein Riesenpaket abgeladen und ja, wir wechseln mal die Ansicht. Gucken uns das mal gleich an, ob es denn wirklich ein LKW war oder doch nur eine Handtasche. So, der LKW kommt rückwärts rangefahren und der Gabelstapler und das ist die super riesengroße Palette. Das habe ich mir echt, ja, es fühlt sich jetzt auch nicht so an, als wenn da wirklich mehrere Sachen drin sind. Ich denke mal, es ist wirklich nur eine Sache. Jetzt hat er mal wieder nicht machen, doch ja, Sicherheitskatalisse. Also es gilt den Warenwert von, naja, sagen wir, gute 50 Euro zu knacken. Steuern waren auch noch ein bisschen drauf. Ja, ich habe echt gehofft, dass für ein Video wirklich mehrere Sachen drin sind. Und es ist wirklich, es wird nur eine Sache sein. Schade, schade, schade. So, gucken, ob ich auch, ob ich auch hier richtig bin, ja. Und es ist, ja, es ist ein Produkt, was glaube ich viel beworben. Oh Mann. Ja, super. Scheiße. Ich weiß nicht, was die im Wert sind. Ich mache mal kurz einen Break, was genau die kostet ungefähr. Ich melde mich gleich nochmal. Also, das gute Stück wird wohl zwischen 35 und 100 Euro gehandelt. Gibt es auch sehr oft bei Klaranzeigen. Also, ich weiß nicht, ob da so der eine oder andere sich wohl schon öfter mal vergriffen hat. Auf jeden Fall schade, ja. Ich überlege gerade, ob ich das überhaupt als Video, weil das lohnt sich. Eigentlich normalerweise ist viel zu wenig Inhalt für ein Video. Mir ist es egal. Ich weiß noch nicht, ob ich euch von der Seite jetzt abraten soll oder nicht. Es ist und bleibt natürlich eine Mystery-Box. Aber das ist einfach nur ein Mystery-Produkt und keine Mystery-Box. Das war auch schon die High-End-Version. Ich glaube, die billigste Box war irgendwie was bei 35 Euro, dann 40 und dann 50. Ja. Ist auf jeden Fall ein neues Produkt und eingeschweißt. Ob das jetzt 60 Euro wert ist, ich denke nicht. Kann man vielleicht nehmen, um Treiber einzuspielen, um wieder einen Nutzen für den PA-Bereich zu haben. Nein, natürlich nicht. Das war es von diesem Mystery-Unboxing. Ich wusste wirklich nicht, dass das da drin ist. Ich hätte irgendwie was Cooleres erhofft. Manchmal hätte es ja vielleicht auch irgendwie ein Bluetooth-Speaker sein können. Oder ein Bügeleisen hätte auch möglich sein können. Ja, das war es. Mystery. Ich denke, wir können uns auch ruhig kurz nochmal den Inhalt angucken. Also da ist mal die schöne Pistole in Silber. Wird hier über Typ C-USB aufgeladen. Hat fünf Stufen. Ja, und verschiedenste Aufsätze. Einmal die Einfach-Kugel, ein bisschen gepolstert. Den Doppelfister. Den Einfach-Kugel, den Vorschlaghammer. Ich habe aber eine kleine Idee. Vielleicht macht das Ganze doch Sinn. Wir werden mal gucken, ob das funktioniert. Hier haben wir jetzt einen alten Kandidaten. Das ist ein 18-Zoll-Treiber aus meinem Alto TS-18. Ja, hieß er so. Ich glaube, dass er so hieß. Eins meiner ersten großen, aktiven 18er, sag ich mal, war das. Nach der dritten oder vierten Party war es auch schon Schluss mit dem Treiber. Ist damals der 18-500er gewichen. Und der kriegt jetzt den Umbau auf M-Force. Kennen vielleicht manche von PowerSoft. Mega geiles Prinzip. Guckt euch das mal an, wenn euch das interessiert. PowerSoft M-Force. Dort wird ein Linearmotor sozusagen benutzt als Antrieb. Ganz ähnliches Prinzip wie hier. Gut, hier wird jetzt kein Linearmotor drin stecken. Aber ja, damit kann man dann eben die Membran auch zum Schwingen bringen. Was bei M-Force richtig geil ist. Du hast keine Korb-Power-Kompressionen durch irgendwie Erhitzung. Hast quasi immer genau den gleichen Output. Und die Kiste spielt extremst tief. Müsstet ihr euch unbedingt mal angucken. Finde ich geil. Achso, und es ist, glaube ich, ein 32-Zöller. Ja, ich habe jetzt hier eben schon gesagt, es ist eine alte Pappe. Und das ist eigentlich das Prinzip. Wir sehen die Pappe. Das ist Stufe 1. Wir machen mal Stufe 5. Mit höhere Frequenz natürlich. Er hat auch so eine Art Abschaltung. Wenn ich zu doll irgendwo drücke, hört er auf. Ja, Mensch, da haben wir doch aus diesem Drecksgerät noch einen Sinn gefunden. So können wir Treiber einspielen und direkt Katze schießen, ohne dass sie jemals liefen. Wir machen wirklich selber. Oh, die Dust Cap freut sich. Wie gesagt, der ist komplett im Arsch. Aber wild. Gut, so, das soll es dann gewesen sein. Wenn Interesse besteht am Gerät, gerne melden. Kann kostengünstig erworben werden bei mir für, naja, ich sage mal 75 Euro. Und ja, jetzt war es das endlich mit dem Video reinhauen.